Ich habe euch verarscht meine lieben Freunde und warum mache ich dieses Video? Weil ihr es einfach verdient habt und das Video geht ja an die Leute, die bei dem Square Enix Livestream dabei waren und ähm ja, morgen erscheint Storm 4. Ich bitte euch, kauft es euch morgen. Tödelö.